begrüße ich einfach mal alle ganz herzlich hier in unserem virtuellen Lübeck beim Chaotikum. Und wir machen mehr oder weniger lose Vortragsveranstaltungen. Und heute Abend konnte ich Hans-Georg, Marvin und Daniel von MuonPay gewinnen, um uns zu erklären, wie ihr Projekt funktioniert und wie das alles so geht. Deswegen, ja, vielen Dank schon mal, dass ihr euren Vortrag hier haltet. Wir machen am Anfang so ein bisschen Theorie und hinten raus kriegen wir dann eine praktische Demonstration. Und zwischendurch haben wir sicherlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, alles klar. Vielen Dank, Malte. Ja, es war herzlichen Dank, dass wir unser Projekt hier präsentieren können. Was mich auch reizt, sind solche Community-Projekte und Sensorik. Also alles, was man mit Adolinos und Restlos machen kann. Das sind alles spannende Sachen und daraus hat sich irgendwann die Idee entwickelt, nämlich aus meinem täglichen Umfeld, nämlich der Arbeit mit solchen Teichendetektoren. Da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn eine breite Community solche Detektoren zur Verfügung hätte, weil man dann ganz andere Möglichkeiten hat. Und zwar solche Möglichkeiten oder darüber hinausgehende Möglichkeiten wie Groß-Experimente, wie der Astro-Teichen-Physik, wie Gerhard-Roger zum Beispiel. Und im Prinzip habe ich mich dann auch gewundert, warum da noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, weil die Ausrüstung ist auch seit ein paar Jahren oder seit wenigen Jahrzehnten auch nicht mehr teuer. Da gibt es halt immer noch dieses Klischee, die Großgeräteforschung, die Teilchenphysik-Detektoren, das sind alles sündhaft teure Gerätschaften, da muss man halt irgendwie beim Bundesministerium für Forschung und Bildung ein paar Millionen beantragen oder bei der Europäischen Kommission für der Gelder einwerben und dann kann man ein Experiment bauen, zum Beispiel am LHC, am CERN oder an anderen Groß-Experimenten und dann kauft man ein ganz, ganz teures Equipment. Aber das muss gar nicht sein. Man kann im Prinzip auch schon mit einem ganz einfachen Aufbau kompetitive Teilchenphysik-Detektoren bauen. Und daraus hat sich dann die Idee zusammen mit einer Reihe von Studierenden entwickelt, am Anfang so ein verteiltes Detektornetzwerk aufzubauen. Das wollen wir jetzt im Folgenden vorstellen. Das haben wir dann irgendwann Myon-Pi genannt, weil die Myonen dabei eine besondere Rolle spielen. Das sind nämlich die Teilchen, die kommen nicht aus den Tiefen des Alles, die wir ja eigentlich sehen wollen. Also diese eigentliche kosmische Strahlung, das sind nicht die Myonen, aber bei der Wechselwirkung der hochenergetischen kosmischen Primärstrahlung entstehen halt ganz viele Myonen, ganz viele andere Teilchen auch, aber die Myonen sind die, die wir im Wesentlichen auf der Erdoberfläche sehen. Und unsere Detektoren messen diese Myonen und wir versuchen dann aus den Daten Korrelationen zu erstellen. Und das wollen wir jetzt im Folgenden vorstellen. Bevor wir jetzt ins Detail gehen zur Physik und zur Elektronik, würde ich erst mal gleich nochmal ganz kurz einen Überblick geben zu dem Projekt. Wir haben eine Hauptseite, das ist die Myon-Pi.org. Da gibt es ein Wiki, was sich immer mehr erfüllt mit mehr und mehr detaillierten Dokumentationen zur Physik, zu unseren Detektoren, zur Software, wie man am Ende die Myon-Pi-Detektoren selber zusammenbaut, wie man die aufbaut, wie man die in Betrieb nimmt, wie man die entsprechenden Pakete findet und so weiter. Dann haben wir eine Live-Statistik-Plattform auf der Basis von Grafana, um Live-Statistiken der ganzen Detektoren zu sehen. Da gibt es also erstmal eine anonymisierte Variante und dann, wer dort ein Login besitzt oder selber einen Detektor betreibt, der kann sich dann auch die ganz detaillierten Daten da anschauen. Ja, dann haben wir unser Archiv, wo die ganzen aktuellen Debian-Pakete oder das Depository sich befindet, unter anderem eben auch eine Windows-Version unserer grafischen Benutzeroberfläche. Dann zur Hardware. Die Hardware ist in dieser Cloud-Online-Plattform EasyEder entstanden und ist komplett Open Source. Das heißt, man kann die ganzen Schaltpläne und die Layouts und Platinen-Designs einsehen, für sich kopieren und auch verändern, wie man das möchte. Man kann auch aus dem Layout-Plan sofort eine Platine bestellen bei der chinesischen Firma LC-PCB. Das ist nämlich eine Firma, die da angebunden ist an dieses System. Das habe ich ein paar Mal ausprobiert mit verschiedenen Designs und das klappt eigentlich ganz gut. Ja, das sind Schaltpläne, die Layouts, auch Simulationen, Peace-Buy-Simulationen, was sie sich da ganz gut machen. Das habe ich auch gestaunt. Man kann die PCBs nachbestellen, man hat die Bombs und so weiter. Dann haben wir ein Software-Repository auf GitHub, wo es verschiedene Stücke an Source-Code gibt, auch alles Open Source. Das wird dann der Daniel am Ende noch detaillierter erzählen, was es da alles gibt. Dann sind wir unterwegs, neuerdings auch auf den Social-Media-Plattformen, nämlich Twitter und Instagram. Aber ich glaube, Facebook werden wir uns nicht zulegen. Mal sehen. Gut, ja, das sind so ein paar Skinshots vom Wiki, von dieser Easy-Eder Open-Hardware-Cloud-Plattform. Das ist so ein Beispiel für so eine Live-Statistik. Damit würde ich jetzt an den Marvin übergeben, der uns etwas über kosmische Strahlung erzählen wird. Ja, hallo. Was wollen wir hier überhaupt messen? Also kosmische Strahlung, da interessiert uns vor allem die extrem hochenergetische Strahlung. Das sind Teilchen jeglicher Art, meist Protonen, aber auch schwerere Kerne, irgendwelche Photonen und alles, was eigentlich nicht so schnell zerfällt, die einen langen Weg im Weltall zurücklegen, um sich dann irgendwann eventuell auf unsere Atmosphäre zu treffen. Ja, und die kommen halt von überall her und die extrem hochenergetischen hauptsächlich von außerhalb unseres Sonnensystems. Und die haben eine so große Energie, teilweise, 10 hoch 20 Elektronenvolt, das entspricht ungefähr der kinetischen Energie, die ein Baseball hat, wenn er geworfen wird, hier zu sehen. Und das sind also makroskopische Energien, aber konzentriert auf einzelne Teilchen. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Und wenn diese Teilchen auf unsere Atmosphäre treffen, dann erzeugen die im Prinzip in kosmischen Schauern, die schauern so auf, ganz viele neue Teilchen, wie in einem Teilchenexperiment, wie zum Beispiel beim LHC, nur viel größere Energien und viel mehr Teilchen. Hier ist nochmal so dieses Spektrum aufgezeigt. Also es gibt auch sehr niedrigenergetische Teilchen, die von der Sonne teilweise kommen, ein solarer Wind, sieht man ja auch schön immer, wenn man zum Beispiel im Norden unterwegs ist, Polarlichter und so. Aber da sind wir eigentlich nicht so daran interessiert. Das sind die sehr langsamen Teilchen. Die extrem hochenergetischen Teilchen hier unten, daran sind wir interessiert. Und hier sieht man ganz gut die Wahrscheinlichkeit bzw. der Fluss, also wie viele Teilchen pro Quadratmeter pro Sekunde bzw. pro Jahr auf die Erde treffen und was die für Energien haben. Und man sieht diese extrem hohen energetischen Events hier unten. Also man sieht hier bei 10 hoch 16 Elektronenvolt, das sind immer noch vier Größenordnungen unter den Maximalenergie. Und das ist schon weit über der Energie, die wir künstlich erzeugen können an Teilchen. Und man sieht hier unten, was für Energie CERN hat maximal. Und da sind wir bei einem Teilchen pro Quadratmeter pro Jahr. Also das sind super, super seltene Events, die uns interessieren. Und um die halt zu messen, brauchen wir ganz viele Stationen, möglichst viel Fläche, die wir abdecken. Aber was wird da eigentlich erzeugt, wenn da so ein hochenergetisches Teilchen auf die Atmosphäre trifft? Also das sind hauptsächlich, hier sieht man es ganz schön, unterschiedlichste Teilchen. Hadronische, mesonische, elektromagnetische. Das muss einem Nichtphysiker jetzt erstmal gar nichts sagen. Jedenfalls, es gibt extrem viele verschiedene. Wir sind hauptsächlich an Myonen interessiert, weil die meisten von den Teilchen hier bleiben irgendwo in der Atmosphäre stecken. Nur wenige kommen wirklich auf der Erdatmosphäre. Also auf der Erdoberfläche an. Und Myonen sind zum Beispiel die, die man super gut messen kann. Neutrinos kommen auch ganz viele an. Aber Neutrinos, naja, die wollen nicht so gern interagieren mit Materie. Um die Teilchen aber zu messen, müssen sie irgendwie interagieren mit unserem Detektor. Und ja, deswegen interessieren uns Neutrinos nicht so. Also sind Myonen so die Hauptquelle für unsere Information. Das ist okay, davon kommen auch ganz viele an. Deswegen haben wir es auch Myon Pie genannt. Dann gibt es halt verschiedene Sachen, die einen interessieren können. Also wir wollen hauptsächlich Informationen über das Primärteilchen. Also das, was am Anfang auf die Atmosphäre geprallt ist. Aber wir kriegen ja nicht das Primärteilchen. Das Primärteilchen ist weg. Das trifft auf die Atmosphäre. Das reagiert. Da ist nichts mehr von übrig. Das sind noch ganz viele neue Teilchen, die dann entstehen. Man sieht das hier schön in so einer Schauerfront, die sich ausbreitet. Das ist, keine Ahnung, Meter dick oder so. Die sich mit ungefähr Lichtgeschwindigkeit, natürlich nicht Lichtgeschwindigkeit, es hat ja Masse. Kann also nicht exakt Lichtgeschwindigkeit schnell sein. Aber schon recht schnell bewegt sich diese Schauerfront dann so in irgendeinem Winkel auf die Erde zu. So hier ein schönes Bild vom Pierre Auger Observatorium. Dann gibt es natürlich auch Simulationen, die man dazu machen kann. Es gibt hier was mit Gammas, mit Protonen und mit irgendwas schwererem Carbon, Kohlenstoff. Und das sieht dann halt auch unterschiedlich aus. Also schwerere Teilchen mit mehr Masse erzeugen scheinbar auch viel mehr Sekundärpartikel. Also was wir brauchen, ist ganz viel Statistik von diesen super seltenen Events. Und vielleicht kriegen wir auch noch andere Sachen raus, wie zum Beispiel Myonen als Quellen für Blitz. Also wenn man jetzt sich vorstellt, dass so ein Myon durch die Atmosphäre fliegt und dann die Luft ionisiert, das ist nur ganz ein bisschen. Aber wenn man ganz viele Myonen hat, das ist schon ein bisschen mehr. Da ist jetzt die Frage, könnte es sein, dass solche Events Blitze auslösen? Also zumindest triggern? Hm. Interessantes Topic. Und außerdem wollen wir vielleicht noch was wissen über die Richtung, aus der das Primärteilchen gekommen ist. Weil Quellen werden ja vermutet von Primärteilchen, also Supernovae-Explosionen und irgendwelche Quasare oder so. Man weiß es nicht hundertprozentig genau. Aber wenn man jetzt die Richtung rauskriegen könnte, aus der das Primärteilchen gekommen ist, wäre das doch was. Das kann man, wenn man die Zeit der Ankunft der Sekundärteilchen ganz genau kennt, dann kann man das zurückrechnen. Vorausgesetzt, man hat genug Stationen auf dem Boden. Also wenn so eine Schauerfront seitlich hier so runterkommt, in einem gewissen Winkel, dann kann man, wenn man hier zuerst was misst und dann später hier was misst zum Beispiel, dann kann man eine gewisse Zeitdifferenz ausmachen und dann zurückrechnen, aus welcher Richtung das Teilchen kam. Jetzt würde ich noch was über den eigentlichen Detektor erzählen. So sieht das ungefähr aus. Also PCBs, schön bedruckt und mit viel Komponenten drauf. Das hier hinten, das ist der Zintillator, da komme ich später noch dazu. Das ist das, was im Prinzip ausschlaggebend ist, damit wir überhaupt was messen können. Ja, und hier haben wir noch unsere Pre-Amp-Platine, aber da komme ich gleich noch dazu. Übersichtshalber, unser System besteht aus einmal diesem Zintillator-Material, das ist verpackt, das ist so ein Material, wenn da ein Teilchen durchfliegt, dann ionisiert es das, dann wird die Energie umgewandelt in Licht, welches ein wenig andere Wellenlänge hat als die Energie, die aufgenommen wurde. Das führt dann dazu, dass das Licht in diesem Plastik hier frei hin und her fliegen kann, oder die Photon, und dann hier an den ZPMs detektiert werden können. Also wir haben einmal hier unser Plastik-Detektor, dann ein Raspberry Pi-Hat, und das soll dann möglichst günstig werden. Hier steht Low-Cost ungefähr 50 Euro. Das ist unser Ziel. Also ich hatte ja schon was gesagt zu dem Plastik-Zintillator. Licht wird emittiert, nachdem die Myon da durchgeflogen sind, die diesen Plastik ionisiert haben, und dann mit der nachfolgenden Rekombination Licht erzeugt wird. So, und das ist im Prinzip ganz normales Plexiglas mit einem Wellenlängenschiff drin, damit das Licht, was dann erzeugt wird von den Myonen, nicht wieder sofort absorbiert wird, sondern dann durchgehen kann. Und dann sieht das auch sehr bläulich aus in dem Fall. Also wenn man auch so ein Zintillator-Material vor sich liegen hat, sieht das aus wie Plexiglas, aber es schimmert irgendwie so bläulich. Wir verpacken das natürlich komplett lichtdicht, damit kein Licht von außen in unseren Detektor rein kann, weil wir wollen ja wirklich nur das Licht detektieren, was in diesem Zintillator-Material erzeugt wurde von den Myonen. Was haben wir noch? Um das Licht, was dann dort erzeugt wurde, zu detektieren, haben wir diese CYPMs, das sind Silicon-Foto-Multiplier. Das ist im Prinzip so ähnlich wie in einer Fotokamera auch, nur viele Pixel-Fotodioden, die alle im Geiger-Modus funktionieren. Und dann wird halt die Summe aller Pixel, die ein Signal gesehen haben, addiert, und daraus wird dann sowas wie eine Pulshöhe bestimmt. Und die sind irgendwann mal noch sehr teuer gewesen, 2007 steht hier, 1000 Euro. Aber mittlerweile kriegt man die richtig, richtig günstig. Und für unser Projekt brauchen wir auch keine riesen Teile. Bei uns reichen so 3x3 Millimeter. Und die kriegt man wirklich schon so für 13 Euro mittlerweile. Das ist dann das Setup, wie das aufgebaut wird. Also wir haben hier diese CYPMs auf so eine kleine Platine gelötet. Dann machen wir da noch ein bisschen zum Lichtschutz so Gummi drauf. Dann ein bisschen reflektierende Folie. Und man sieht hier schon, links ist ein Sintillator uneingepackt, rechts ist er eingepackt. Dann wird das hier noch draufgewappt mit optischem Fett und festgewickelt. Damit das da schön drauf gedrückt wird und optischen Kontakt hat. Alles wird schön lichtdicht verpackt und dann ist eigentlich schon unser Detektorsystem hier zumindest fertig. Hinten auf diese CYPM-Platine wird dann noch so eine Pre-Amplifier-Platine drauf gesteckt. An dieser Stelle möchte ich nochmal sehr betonen, dass wir dankbar sind an LGEN Technology, weil die uns irgendwann mal vor ein paar Jahren eine komplette Palette von diesen Sintillatorplatten zugeschickt haben. Das waren im Prinzip nur Abfälle für die, weil die nicht auf den Mikrometer genau waren. Für uns reicht es aber. Uns ist das relativ egal, ob die jetzt nicht mikrometergenau gefertigt wurden. Normalerweise kostet das richtig viel Geld, das Zeug. Aber wir haben da eigentlich nur die Lieferkosten bezahlen müssen. Deswegen sind wir sehr dankbar dafür. Und das Zeug stellen wir dann natürlich auch. Das macht unser Projekt dann auch relativ günstig. Wenn wir davon noch so viel im Keller liegen haben. Das ist auch wirklich eigentlich kein Hightech hier. Also das ist eingewickelt in ganz normale. Kann man im Prinzip in Alufolie einwickeln. Wir haben noch Teflon genommen, weil das sehr gut reflektiert. Genau, der Pre-Amplifier. Das ist dieses kleine Teil. Das wird ja dann hinten auf diese CYPM drauf gesteckt. Und das sind auch ganz normale Consumer-Ware im Prinzip. Das kann man einfach bei Mauser kaufen alles. Kostet halt wie gesagt nicht viel. Ein Euro ist jetzt nicht viel. Da kann man auch alle möglichen verschiedenen Sachen mit verstärken. Ob das jetzt HIPMs sind, ob das Photo-Multiplayer-Types sind. Oder irgendwelche anderen Sachen ist eigentlich egal. Hier sieht man nochmal so ein bisschen diese Readout-Elektronik. Ein Schema davon. Also wir haben hier unsere CYPM. Die geht dann in diese Pre-Amplifier-Board. Der Pre-Amplifier wird versorgt durch DC, 5 Volt, glaube ich, hier über die Signalleitung. Einmal haben wir noch eine Spannungsversorgung für die CYPM. Die braucht, ich glaube, waren das 30 oder 20 Volt? 32 Volt. Ja, genau. Und die wird auch auf unserem Headboard dann erzeugt, diese Spannung. Und was man hier sehen kann, ist, dass wir ein bisschen Signal-Shaping machen. Wir digitalisieren das Signal und machen Fast-Discrimination. Also wir wollen von einem analogen Signal zu einem möglichst, also hier in der Stufe hier, möglichst gutes digitales Signal, was möglichst scharf ist, weil wir wollen ja eine gute Zeitauflösung haben. Aber dazu komme ich gleich noch. Hier sieht man, dass wir einen Channel haben. Wir haben noch einen zweiten Channel. Also man kann theoretisch zwei von diesen CYPMs anschließen. und man kann diese beiden Kanäle auch noch dann verodern, also XOR oder AND oder einfach direkt durchleiten. Also haben wir hier so einen Multiplexer und ja. Das Signal kommt dann in unseren U-Blocks-Chip. Das ist so ein GPS-Modul. Das hat einen Interrupt-Eingang für, ja, zur Erstellung von Timestamps. Also die Zeitgenauigkeit kriegen wir allein schon von diesem U-Blocks-Modul. Da komme ich gleich noch dazu. Joa, hier ist nochmal eine schöne Übersicht von dem Head. Also das ist die Oberseite. Man sieht hier schön, ich glaube auf der Seite sind die Eingänge, Channel 1, Channel 2. Hier hinten ist die Versorgungsspange für die CYPM, die da rauskommt. Und hier kommt das GPS-Kabel dran. Genau. Die Rückseite sieht so aus. Man kann das hier schön auf den Raspberry Pi draufstecken. Hier sind Löcher, um Schrauben zu befestigen. Kennt man ja. Genau, unser U-Blocks-Modul. Ganz normales U-Blocks-Neo-M8 oder man kann auch M7 nehmen oder so. Also das ist relativ kompatibel miteinander. Und diese Teile sind richtig interessant, weil die eigentlich schon alles für einen selber machen. Die erzeugen im Prinzip schon Timestamps für uns. Die werden angesteuert, also dieses U-Blocks-Modul wird angesteuert über eine serielle Schnittstelle, Word. Und wenn man ein bisschen verstanden hat, wie das Protokoll ist, kann man mit dem ganzen toll reden und kriegt dann die ganzen Informationen daraus. Dann komme ich noch dazu, wie wir jetzt unser Projekt verpackt haben. Also wir bieten einmal unsere Hardware zum selber basteln an. Also wenn man nicht das SMD-Löten scheut, kann man sich hier so Pakete abholen, wo schon alles fertig verpackt ist. Solange der Vorrat reicht. Genauso mit den komplett verpackten und fertigen Modulen. Da versuchen wir auch eine bessere Lösung zu finden, als dass wir das selber löten, sondern wir versuchen da gerade eine Lösung zu finden, wie man das möglichst gut bekommen kann. Bevor wir jetzt zum nächsten Teil kommen, wollte ich nochmal Danke sagen, dass ihr zugehört habt. Und jetzt kann, glaube ich, Lukas weitermachen. So, Marvin hat ja schon erzählt, und einer unserer Hauptziele oder das Hauptziel ist ja von den den Ursprung dieser kosmischen Schauer genauer zu untersuchen. Das heißt, die Primärteilchen, die dann auf die Erdatmosphäre treffen, genauer zu untersuchen. Und was wir davon wissen wollen, ist ja zum einen nicht nur die Energie, sondern auch der Ursprung, wo die denn herkommen. Das ist nicht nur unser Ziel. Da gibt es auch viele andere wissenschaftliche oder hauptsächlich wissenschaftliche Teams, die das untersuchen, auch mit weit besseren und größeren Anlagen, wie wir das versuchen. Aber wir haben halt den Charme, dass wir das auch als Privatpersonen betreiben und damit wirken können. Was sehr wichtig ist, was Marvin ja auch schon gesagt hatte, ist eine sehr gute Zeitauflösung, denn nur mit einer sehr guten Zeitauflösung können wir letztendlich auch die Genauigkeit erreichen, die wir brauchen, um die Schauergeometrie und damit auch die Primärteilchen, den Ursprung der Primärteilchen und eventuell oder letztendlich dann auch die Primärteilchen Energie zu bestimmen. Und wie genau bestimmen wir jetzt die Zeitauflösung, die wir erreichen können mit unserer Hardware? Das ist eigentlich relativ einfach. Was wir dazu brauchen, ist eine Kalibrierungsquelle und zwei unterschiedliche Detektorstationen. Und was sich als Kalibrierungsquelle anbietet, wenn wir jetzt keine radioaktive Quelle zu Hause nehmen oder unter dem Sofa liegen haben, nehmen wir einfach die Myonen, da wir die letztendlich sowieso messen wollen und die auch überall vorhanden sind. Was wir dann machen können, ist Detektor 1 und Detektor 2, wie hier rechts im Bild gezeigt, übereinander zu legen und zu schauen, ob wir jetzt gleichzeitig das Myonen, was jetzt durch beide Detektoren durchfliegt, messen können. Gleichzeitig heißt es jetzt nicht mit einem Zeitunterschied von Null, sondern mit einem Zeitunterschied, der nicht nur physikalisch gegeben ist, zwischen dem Abstand, der zwischen den beiden Platten herrscht, sondern auch zwischen dem zeitlichen Abstand, den unsere Zeitauflösung letztendlich liefert. Und wie wir das dann machen, wir schauen uns dann die Signale an, die von unseren beiden Detektoren geliefert werden. Die Signale sind jetzt so ein bisschen skizziert hier unten rechts im Bild. Detektor 1 und Detektor 2 haben jetzt zeitgleich, mehr oder weniger zeitgleich, in diesem Koinzidenzfenster ein Signal geliefert. Unser Diskriminator gibt uns dann ein schönes digitales Signal, was wir dann mit einem Zeitstempel versehen können und das wird dann abgespeichert. Was wir dann weiterhin tun, wenn wir ein paar Stunden oder Tage Daten genommen haben, ist, wir nehmen unser Algorithmus und schauen dann in verschiedenen Koinzidenz Zeitfenstern, ob wir jetzt zwei gleichzeitige Events gleichzeitig, wie gesagt, in Anführungszeichen gemessen haben. Und das ist jetzt hier in dem linken Plot gezeigt. Der ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil hier sehr viele Sachen passieren. In dem Hauptfenster hier unten links sehen wir die Zeitdifferenz in Nanosekunden gegen den Unix Zeitstempel beziehungsweise gegen den tatsächlichen Zeitstempel. Und zwar wurde das gemessen zwischen dem 10. Januar und etwa dem 20. Januar diesen Jahres, also eine unserer ersten Hardware-Versionen. Das ist jetzt schon gut ein Jahr her. Was wir sehen, ist, dass wir sehr, sehr, sehr viele Ereignisse haben, die alle in einem Zeitfenster von etwa plus minus 150 Nanosekunden liegen. Und von denen können wir uns auch sicher sein, dass die koinzident beziehungsweise vom selben Myon erzeugt wurden, die dann durch den selben Detektor geflogen sind. Was wir dann hier auf die Zeitdifferenz Achse, die Y-Achse projizieren können, sind alle diese Daten und das gibt dann hier so ein Gauss verteiltes Histogramm. Das ist jetzt dadurch gegeben, dass das eine Gauss-Verteilung ist, dass es eben durch den Zeit-Jitter, der durch die Hardware induziert wird, also letztendlich gegeben ist durch unsere intrisensische Zeitauflösung von unserem Detektor, bekommen wir einen Zeit-Jitter, der dann mehr oder weniger Gauss verteilt ist. Wenn wir diese Gauss-Verteilung fitten würden, würden wir sehen, dass wir eine Breite von dieser Gauss-Verteilung von etwa 40 bis 50 Nanosekunden haben, wenn wir ein sehr gutes GPS-Empfang haben oder bis zu 200 Nanosekunden, wenn das GPS-Empfang jetzt nicht mehr so gut ist. Was heißt jetzt eine Zeitauflösung von 50 Nanosekunden? Man sagt so etwa über den Daumen gepeilt, dass man einen Fuß pro Nanosekunde Ortsauflösung hat, weil das eben der Weg ist, den Licht in eine Nanosekunde zurücklegen kann und da unsere Myonen etwa Lichtgeschwindigkeit besitzen, kann ein Myonen etwa einen Fuß, also knapp 30 Zentimeter pro Nanosekunde fliegen, was jetzt heißt, dass wir mit 50 Nanosekunden Zeitauflösung eine Ortsauflösung auf der Erdoberfläche von etwa 150 Metern haben. Das ist soweit schon relativ gut oder ziemlich sehr gut mit dieser Hardware. Man muss sich eben vorstellen, dass diese beiden Detektoren mit zwei unterschiedlichen Raspberry betrieben wurden und abgesehen vom GPS-Signal keine Informationen weiterbekommen haben. Das heißt, die hatten keine Informationen über das Internet oder sonst wo erhalten, sondern haben sich zeitlich nur über die Satelliten synchronisiert. den Timewalk, also den Zeitschitter, den kann man sich anschauen, wenn man hier ein bisschen reinzoomt. Hier haben wir jetzt einen ähnlichen Plot wieder mit der Zeitdifferenz auf der einen Achse und die Zeit auf der anderen Achse mit der Projektion in dem rechten Plot. Da sehen wir, dass wir für einen sehr kleinen Zeitabschnitt eine Verteilung haben, die nicht mehr ganz gaußartig aussieht und hierneben auch noch so eine kleine Verteilung haben, die dann eben dadurch kommt, dass unser Walk, also unser Jitter, der durch den Detektor an sich verursacht wird, dass unsere perfekte Zeitauflösung dadurch eben so verschmiert wird, was dann letztendlich in diese 50 Nanosekunden Zeitauflösung resultiert. Was können wir damit noch machen? Natürlich, wir können die Detektoren nicht übereinander legen, sondern nebeneinander legen und was können wir uns damit anschauen? So, jetzt haben wir die Detektoren nebeneinander, jetzt können wir uns nicht mehr ein Teilchen anschauen, was durch beide Detektoren gleichzeitig fliegt, sondern Teilchen anschauen, die eventuell von gleichen Ursprung kommen, aber zeitgleich beide Detektoren durchdringen und zwar immer noch im selben Zeitfenster. Das ist jetzt hier gezeigt, auf der Detektor Abstand hier für diesen Plot beträgt etwa zwei Meter und was wir hier sehen können ist, dass wir eine sehr große Anhäufung in diesem blauen Band finden und dieses blaue Band habe ich so eingezeichnet, dass es das angibt, welche Ereignisse physikalisch sinnvoll sind, das heißt, die Events, die innerhalb von diesen zwei Metern quasi in den beiden Detektoren mit demselben Ursprung gemessen werden können. Wenn wir jetzt zum Beispiel Events haben, die einen Zeitabstand von 800 Nanosekunden haben, dann ist es physikalisch nicht sinnvoll, da es keine Trajektorie gibt, die innerhalb von 800 Nanosekunden durch den einen Detektor und dann durch den anderen fliegen könnte. Deshalb kann man hiervon sehr stark davon ausgehen, dass alle Events oder jedenfalls der Großteil Events physikalisch vom selben Ereignis kommen, was dementsprechend auch heißt, dass alle im selben Schauer vorkommen. So, jetzt können wir die Detektoren weiter auseinander stellen. Im nächsten Plot haben wir gemessen einen Abstand von 120 Metern und was ihr jetzt sehen könnt hier auf der Zeitachse ist, dass wir die Messung zwischen August und Dezember mehr oder weniger durchgehend betrieben haben, was auch einen der größten Hauptprobleme darstellt, die beim Detektieren von kosmischen Schauern existiert, nämlich, dass je weiter wir die Abstände vergrößern, desto seltener werden koinzidente Events. Hier gilt das Gleiche, im blauen Band sind alle physikalisch sinnvollen Events geplottet und wir sehen hier ein deutliches Ansteigen unseres Signals vom Untergrund und der Untergrund hier ist statistisch gleichmäßig, das heißt, zufällige Events, die durch beide Detektoren gleichzeitig fliegen, aber nicht vom selben Ursprung kommen. Das kann nicht nur Untergrund Strahlung sein, sondern auch Mionen, die von zwei unterschiedlichen Ursprüngen oder von zwei unterschiedlichen Quellen kommen. Dieser Untergrund ist überall auf der Erde gleich und dieser Untergrund wird überall in den Detektoren gleich gemessen. Wir können sehen, dass für 120 Meter der Untergrund und das Signal schon sehr nahe kommen und wenn ich jetzt hier in die nächste Folie gehe, für 500 Meter sehen wir, dass erstmal sehr viele Events überall da sind, weil die Zeitdifferenz auf der Y-Achse der Rahmen sehr groß geworden ist, plus minus 32 Mikrosekunden und was wir aussehen, dass die Erhöhung unseres Signals im blauen Band von physikalisch sinnvollen Events mehr oder weniger im Untergrund liegt und hier für etwa 500 Meter sehen wir nur eine ganz kleine signifikante Erhöhung, die jetzt in der Teilchenphysik nicht signifikant genannt werden würde, aber wenn wir jetzt vorstellen, dass wir jetzt hier Daten für etwa dreieinhalb Monate haben und noch etwa dreieinhalb Monate weitermessen würden, dass dieses Signal etwas deutlicher wird. Jetzt können wir uns weiter anschauen, den Abstand für etwa vier Kilometer und wir sehen, dass wir mehr oder weniger unterscheiden sich immer noch ein bisschen, aber das könnte man auf statistische Fluktuationen schieben, die dadurch resultieren, dass wir immer noch relativ wenige Ereignisse hier vorfinden. Wenn wir jetzt diese Erkenntnisse sammeln und in einem Plot eintragen würden, können wir auf der linken Achse zeigen, die Koenzidenz Zählrate in Hertz und auf der X-Achse den Abstand zwischen dem Detektor Paar. Jetzt muss man beachten, dass beide Achsen logarithmisch aufgetragen sind, das heißt, im ersten Abschnitt haben wir nur einen Abstand von 10 Zentimeter bis 1 Meter aufgetragen und dann von 1 Meter bis 10 Meter, von 10 Meter bis 100 Meter und von 100 Meter bis 1000 Meter. Und dementsprechend auch auf der Y-Achse nimmt die Zählrate logarithmisch ab. Und ein Zusammenhang, den wir jetzt hier mutmaßen können, ist eine Art Doppellogarithmische Abnahme der Zählrate vom Abstand. Das heißt, wenn wir den Abstand um den Faktor 10 vergrößern, wird sich die Zählrate um den Faktor 10 verkleinern. Und das ist auch eines der Hauptprobleme für diese Art der Messung, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr lange messen wollen, für große Abstände, ob wir wirklich noch ein Signal hier sehen können. Und dieser Messpunkt hier, den ich auch eben gezeigt hatte, konnten wir nur hier eintragen, da wir etwa vier bis fünf Monate durchgängig messen konnten mit den Stationen. Nicht alle Punkte liegen jetzt hier auf der Vorhersage drauf. Das liegt jetzt daran, dass natürlich nicht nur die Koinzidenzzählrate durch die Rate der Myonen an sich gegeben ist, sondern auch durch die Art, wie man den Detektor betreibt. Man kann nämlich mithilfe des Hardware Thresholds einstellen, wie groß die Zählrate im Detektor jetzt sein soll. Das hat jetzt detektortechnische Gründe, dass man zum Beispiel nicht im Rauschen der Fotodiode liegen will oder auch die Detektor Zählrate nicht zu groß machen will, damit der Ublox Chip, der das Zeitstempeln vornimmt, dass der noch alle Events Zeitstempeln kann. Um diesen Plot jetzt etwas schöner machen zu wollen, müsste man die Zählrate eines einzelnen Detektors sehr stabil halten und das wird auch in der Zukunft geplant. Das heißt, dieser Plot wird in der Zukunft natürlich ständig geupdatet, da wir immer mehr Daten auch von immer mehr Detektor Abständen jetzt auch mit unserer wachsenden Community auch sehr viel größeren Abständen bekommen werden. Wie sieht jetzt ein Event aus, der bei uns in der Datenbank landet? Zum Beispiel haben wir jetzt ein Event vom Juni hier schematisch dargestellt, wo drei Detektoren zeitgleich oder im physikalischen Rahmen zeitgleich ein Event gemessen haben. Und zwar war das in Gießen zwischen der Universität und zwischen Hans Georgs Doppelstation, die er bei sich zu Hause aufgestellt hatte. Der Abstand betrug dort etwa 3,4 Kilometer und wir können sehen, dass für den auslösenden Detektor zum Zeitpunkt T gleich Null und den beiden Einzelstationen, die jetzt mehr oder weniger zeitgleich mit einem Abstand von etwa 9 Nanosekunden ein Event gemessen haben. Und wenn wir uns anschauen, wie groß dieser Zeitabstand ist und umrechnen, wie schnell Licht diese Strecke von 3,4 Kilometern zurücklegen kann, finden wir heraus, dass das Event physikalisch möglich ist. Und dann können wir sogar mit Trigonometrie ein paar Rechnungen anstellen und uns anschauen, wie in etwa diese Schauerfront aussehen könnte, die dann zuerst im Detektor 0 und dann im Detektor 1 und 2 auftreffen könnte. Das ist natürlich nur eine Mutmaßung. Wir brauchen noch sehr, sehr viele mehr Detektor Stationen, um die Geometrie tatsächlich genau zu bestimmen. Aber das ist jetzt nur ein Vorgeschmack für die Ereignisse, die wir später noch messen können, beziehungsweise dann auch zeigen können. Auf der anderen Seite, was kann ein einzelner Detektor tun? Was wir eingebaut haben, ist nicht nur ein akkurates Zeitstempeln, sondern auch eine Messung der Pulshöhe. Und zwar die Pulshöhe ist direkt äquivalent zur deponierten Energie des Myons im Detektor. Die deponierte Energie im Detektor kann man physikalisch berechnen mit der Bete-Bloch Formel, die generell den Energieverlust für geladene Teilchen in Materie bestimmt. Und das hängt nicht nur von der Energie des Teilchens ab, sondern auch von der Dichte des Materials und von der Dicke des Materials. Und was wir hier gezeigt haben, in diesem Plot hier, ist ein Histogramm der gemessenen Pulshöhen für verschiedene Events. Und was wir hier sehen, ist eine sogenannte Landau-Verteilung, welche eine Verteilung ist, die sich dadurch ergibt, indem man den Energieverlust, den man aus der Bete-Bloch-Formel bekommt, mit einem Gauss faltet. Der Gauss, der kommt aus der Detektorauflösung, also jetzt nicht Zeit, sondern Energieauflösung. Und diese Faltung ergibt dann diese Verteilung hier. Und wenn wir diese Verteilung mit Hochenergie Detektoren uns anschauen, dann sehen die nicht nur ähnlich aus, sondern folgen natürlich den gleichen physikalischen Grundlagen und sind natürlich sehr gut vergleichbar. Was wir hier sehen können, der Unterschied, ich habe ja eben schon vom Hardware-Threshold gesprochen. Der Hardware-Threshold schneidet effektiv alle Events mit Pulshöhen ab, die unterhalb des Thresholds liegen. Und diesen Threshold sehen wir ganz gut angedeutet hier. Und wenn wir diesen Threshold nicht einsetzen würden, würden wir hier diese kleine Flanke, die hier links hoch geht, als exponentiell abfallendes Detektorrauschen feststellen. In diesem Detektorrauschen ist nicht nur das Warmrauschen der Fotodiode drin, sondern auch ein kleiner Anteil an Photonen, die auch aus der kosmischen, die auch aus der von den atmosphärischen Schauern stammen. Und diese Photonen kann man besonders gut hier in diesem Plot sehen, das sind angedeutet hier in grün, und lassen sich besonders gut mit sehr schweren Sintillatoren wie zum Beispiel Bleiwolf Rammat messen. Was wir auch sehr gut machen können, ist die Lebenszeit von Myonen zu bestimmen. Marvin hat ja ursprünglich oder anfangs erwähnt, dass viele Teilchen, die in der Atmosphäre durch diese Primärteilchen erzeugt werden, nur sehr kurzlebig sind. Myonen sind in unseren Verhältnissen mit einer Halbwertszeit von etwa zwei Mikrosekunden auch sehr kurzlebig, aber aufgrund von der generellen Relativitätstheorie oder grundlegend der Relativitätstheorie, dass beschleunigte Körbe eine Eigenzeit haben, die sehr viel langsamer ist als für uns, ist diese Lebenszeit von Myonen von uns ausgesehen viel, viel länger, was den Myonen ermöglicht, den Erdboden zu erreichen und dann erst zu zerfallen, wenn sie zum Beispiel in irgendeinem Material stecken bleiben, wie zum Beispiel hier am Tisch, was dann passiert ist, wir bekommen ein erstes Signal, wie hier unten angedeutet, wenn das Myon durch den Detektor fliegt und dann im Tisch stecken bleibt und dann, da das Myon sich im Ruhezustand befindet, die Halbwertszeit von etwa zwei Mikrosekunden zerfällt und dann die Zerfallsprodukte ein Elektron und ein Elektron Neutrino quasi emittiert. Wenn wir Glück haben, können wir dasselbe Zerfallselektronen im Detektor messen, was uns dann ein zweites Signal ergibt, das dann einen Zeitunterschied zwischen den beiden Signalen hat von Delta T, wobei Delta T hier geplottet ist im rechten Plot. Was wir hier sehen, ist auch wieder ein logarithmischer Plot auf der Y-Achse und zwar ein Histogramm, also eine Anzahl der Einträgen pro gemessenen Zeitintervallen und wenn wir diese Zeitintervalle mit einer Exponentialfunktion fitten und uns diese Zeitkonstante anschauen, finden wir, dass wir in etwa die Zeitkonstante messen, die auch vorhergesagt beziehungsweise professionell gemessen wird, nämlich etwa 2 beziehungsweise 2,2 Mikrosekunden. hier noch ein kurzes Bild von der Zeitsynchronisierung über die Satelliten. Was wir in unsere GUI zum Betreiben des Detektors auch eingebaut haben, für die Leute, die es interessiert beziehungsweise um den Standort von Detektoren zu optimieren, ist die Position der Satelliten, die die Station gerade empfängt, am Himmel. Und was wir sehen können, ist einmal in Polkoordinaten und eine projizierte Darstellung der Satellitenbahn, wie sie am Horizont beziehungsweise am Himmel verlaufen können. Und so kann das aussehen, wenn wir das dann für längere Zeit messen. So, falls jetzt noch Fragen zu den ersten Messungen da sind, die wir, die ich hier vorgestellt beziehungsweise die wir vorgestellt haben, dann könnt ihr gerne fragen. Ich hätte noch einen Kommentar. Ja, bitte. Zu der Pulshöhenmessung meines Wissens nach, korrigiere mich, wenn das jetzt falsch ist, aber meines Wissens nach ist das eine extra Platine, die wir jetzt draufstecken können mit der neuesten Version. Ja, exakt. Also während der Entwicklungsphase hatten wir dann natürlich verschiedene Versionen, wie wir die Pulshöhe mit einem ADC digitalisiert haben und in der neuesten Version haben wir ein extra Aufsteckboard, mit dem wir dann den ADC quasi outsourcen und dann auf die Hauptplatine draufstecken können. Könnte man vielleicht mit einem Röhrenfotomultiplier die Auflösung verbessern oder ist das fast genauso wie mit den Silizium Multiplayern? Genau, also die Röhrenfotomultiplier sind extrem gut, sind auch zu bevorzugen, wenn man genug Geld hat, um sie zu bezahlen, weil sie relativ teuer sind, eine Hochspannungsquelle hat, weil die meisten Fotomultiplier mit etwa 500 bis 3000 Volt betrieben werden und nicht nahe eines magnetischen Feldes sitzt. Falls das alles gegeben ist, dann sind eigentlich Fotomultiplier zu vorzugen, da sie theoretisch eine bessere Zeitauflösung haben können als Silikon Fotomultiplier, Silizium Fotomultiplier. Aber da die IPMs in letzter Zeit, in den letzten fünf Jahren um einiges billiger geworden sind und auch keine Hochspannung zum Betreiben brauchen, sind die für unsere Zwecke oder auch in vielen anderen Zwecken zu bevorzugen. Es gibt jetzt auch sehr viele professionelle hochenergetische Hochenergiedetektoren, die jetzt komplett von Fotomultipliern auf SIPMs umsteigen, unter anderem auch am CERN. Wenn man jetzt unbedingt, also wenn man sowas schon zu Hause hat, wer hat das schon zu Hause, ein Fotomultiplier, aber wenn man einen Fotomultiplier schon zu Hause hat und das möchte und das alles betreiben möchte, dann kann man sich auch unser Kit einfach holen und dann den dran wappen, wenn man das möchte. Also wir haben das auch schon getestet, man kann mit unserer Elektronik auch Röhrenfotomultiplier auslesen. Also ein weiterer Punkt, den ich noch hinzufügen wollte, weil ich im Chat auch schon was von PET gelesen habe, also Positroden, Emissionen, Tomografie, was ja in der Medizin angewendet wird. Dort, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Herstellung oder Entwicklung der Saipiem so stark und schnell vorangetrieben wurde, ist, dass man dort natürlich für eine sehr gute Ortsauflösung eine sehr hohe Granularität haben will. Was bedeutet, dass die einzelnen Detektorzellen und damit auch die Fotoauslese sehr klein wird, bestenfalls im Millimeterbereich und im Millimeterbereich kann man keine PMTs herstellen beziehungsweise betreiben. Ja, und auch die Zeitauflösung spielt da auch eine Rolle. Wir haben Saipiem, die haben Drift von Submillimetern und in den großen Photomultiplier-Röhren, da müssen die Elektronen auch erstmal eine gewisse Strecke auch in sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen oder fast Lichtgeschwindigkeit zurücklegen und darum ist die Dispersion über die Zeit auch schlechter in solchen Photomultiplier-Röhren, während die bei den Zeit-DMs wirklich in den Picosekunden-Bereich geht. Und das ist auch eines der Ziele für zukünftige Detektor-Applikationen unter anderem in der Medizin, sehr hohe Zeitauflösungen einzusetzen, um damit gleichzeitig auch die Ortsauflösung zu verbessern. Und auch das Sinalrauschverhältnis zu verbessern. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu was gerade angedeutet wurde, dass standardmäßig bieten wir in unserem Kit oder setzen wir SIPMs ein. Die sind einfach handhabbar, da muss man keine Hochspannung, da muss man nicht für eine Hochspannung Angst haben. Sind billig, aber man kann auch Volume Multiplier anschließen. Das geht dadurch, dass auf dem Headboard auch schaltbare Inverter untergebracht sind, sodass man verschiedene Arten von Detektoren anschließen kann. Chat ist jetzt eine Frage, wie sollte man die Detektoren zu Hause aufstellen oder was sollte man beachten? Generell gilt, dass zu Hause die Detektoren am besten dort aufgestellt werden, wo sie trocken stehen können und relativ nah an einem Fenster beziehungsweise dort, wo man einen sehr guten Satellitenempfang mit der Antenne hat. Kann natürlich sein, dass manche von euch schon eine Antenne auf dem Dach haben und dann eine Leitung ins Haus gelegt haben. Dann ist es relativ egal, wo man den Detektor aufstellt. Aber aufgrund der nötigen Zeitauflösung, dass wir relativ viele Satelliten sehen wollen oder müssen, sollte der Detektor am besten im Haus relativ nah an einem Fenster aufgestellt werden. Eine gewisse Temperaturstabilität ist auch zu wünschen, aber wir arbeiten auch daran, dass die Hardware temperaturunabhängiger wird. Nochmal zu dem am Fenster. Also meiner steht auch nicht am Fenster, der steht mitten im Raum. Schwierig wird es, wenn man jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, einen Keller hat und dann vielleicht da unten keinen guten Satellitenempfang hat. Ja, um die Daten irgendwie zu uns zu schicken, wäre dann natürlich auch Internet, ganz praktisch. Das ist glaube ich egal. Der blinkt halt auch, wenn man die LEDs nicht runterlötet, vielleicht nicht unbedingt dann im Schlafzimmer. Ach, das stimmt. Der blinkt zum einen einmal pro Sekunde zum Anzeigen, dass wir ein GPS fix haben, also ein Pulse per Second Signal heißt das und unter anderem dann auch pro Channel, dass wir ein Signal sehen und wenn wir eine Signalrate von 4 Hertz haben, dann ist das viermal pro Sekunde das kann schon relativ nervig sein oder hell sein oder unter Weihnachtsbaum oder im Weihnachtsbaum macht sich das natürlich ganz gut als Dekoration. Also den Myonen ist es erstmal egal, wie tief unter der Erde, also wenn man das jetzt nicht einen Kilometer unter einem Bergmassiv oder so hinstellt, sollte das immer noch kein Problem sein. Also der Sintillator, also die Myonen kommen durch die Decke, das ist gar kein Problem. GPS-Empfänger muss nicht direkt zum Satelliten gucken, das ist einfach, also meine hängt glaube ich einfach über dem Schrank runter, das ist gar kein Problem. Wenn es keine Fragen zum Quill vorgibt, dann würde ich mir die Software erzählen. Genau, da gibt es erstmal was wir für Online Services haben, da haben wir ein Forum, einfach so ein bisschen zum Erfahrungsaustausch und da gibt es auch eine kleine FAQ drin, dann haben wir ein Ticketsystem, das heißt, wenn man Fragen an uns hat, wenn man zum Beispiel einen Detektor aufstellen, Bild man zu Hause, dann kann man eben ein Ticket zu sehen mit Ticket eröffnen und dann kümmern wir uns darum, dass es dann wirklich zeitnah passiert. Genau, dann die ganzen Daten der Detektoren, die kann man sich in Grafana anschauen, da gibt es dann auch die Möglichkeit seinen eigenen Detektor verheirativen anzuschauen, sich die eigenen Daten anzuschauen. Dann gibt es Nextcloud, da haben wir ein bisschen zum Beispiel Paper zu dem Thema und unsere generelle Plots von uns und generelle Daten, die wir so über uns anfallen, werden da auch draufgestellt. Und dann haben wir dazu noch ein Wiki, da ist nochmal alles erklärt, das gibt es ein bisschen zusammen mit einem Forum auch und dann gibt es noch ein Mail Server, das heißt bei uns kann man auch eine Mail holen und prinzipiell auch über die nächste Oberfläche gibt es auch einen Web Mailer dann. das Schöne ist, dass alles über LDAP angeschlossen, das heißt man braucht nur einen Account. Dann erstmal jetzt zur Software auf den Raspberry Pis die Daten die werden per MQTT vom Raspberry Pi an unseren Server gesendet und dann weiter verarbeitet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eine Remote Verbindung zu dem Daemon aufzubauen und den Daemon dann fernzusteuern also zum Beispiel über seinen Computer über eine grafische Oberfläche wenn wir jetzt nicht mit der Kommandozeile vertraut ist und nicht so gerne in Config Dateien rumspielt dann gibt es auch eine grafische Oberfläche Der Daemon selber der läuft auf Raspberry Pi der spricht erstmal mit dem U-Blocks über eine serielle Schnittstelle und kriegt dann auch die zeitlichen Daten über E-Quadda C gibt es Verbindungen und zum Pfad zum Beispiel zur Einstellung der vorhin auch manche schon erwähnten Beißspannungen für die für die Sight-PMs gibt es DAX und die kann man über E-Quadda C einstellen und da gibt es noch ein paar andere Verbindungen zu den verschiedensten Geräten auf dem Aufsteckboard Ja das ist nochmal so ein bisschen die grafische Oberfläche so sieht die aus die startet und da kann man auch schon selber schön zum Beispiel wie auch vorne schon vorhin schon gezeigt die diese Lande Verhaltung sehen wenn man lang genug wartet genau ja wie das print insgesamt aussieht unsere Infrastruktur der Software ist dass der Detektor über MQTT an dem Broker hängt und der schreibt das in InfluxDB rein und InfluxDB aus wird in Grafana überspielt und wir machen die Analyse das ist auch so ein kleines Problem noch weil wir zur Bestimmung der Koinzidenzen einzelne Events müssen wir im Moment noch uns die Datenbank anschauen und dann wieder zurück in Datenbank schreiben und das natürlich bei einer großen Eventzahl relativ aufwendig und belastet die Datenbank ziemlich und genau deshalb haben wir auch ein neues Design für unsere Software Infrastruktur entwickelt die ein bisschen angenehmer für den Server ist zum einen ist die Idee dass wir die Events bevor sie in die Datenbank reinkommen schon mal vorfiltern in Echtzeit das heißt also von Einzeldirektoren werden die dann über einen Filter gejagt der dann sich die Events anschaut und zusätzlich wenn man noch noch dichte Cluster stehen hat dann haben die ihren eigenen Vorfilter damit der Filter vom Server nicht so viel arbeiten muss und damit muss dann auch nicht mehr die Analyse Software wieder zurück in Datenbank schreiben sondern kann nur noch raus lesen das ist aber noch in Arbeit das wann das genau fertig ist das wissen wir nicht so genau aber wir versuchen das möglichst schnell hinzubekommen weil wir auch schon langsam merken haben jetzt circa 15 Detektoren laufen da merken wir schon langsam dass das mit Analyse Software relativ rechenaufwendig wird für so Server deshalb versuchen wir möglichst schnell das hinzubekommen ganz wichtig für uns sind zur Bestimmung von Koinzidenzen oder zur Konsentmessung müssen wir wissen nach was wir Daten gucken müssen und wollen ja auch Vergleiche haben wir wollen ja nicht quasi blind in den Daten suchen sondern wir wollen ja auch ein bisschen wissen wie dann genau so ein Event aussehen kann und dafür ist im Fall auch da gibt es hier mal eine Übersicht wie so ein Schau Event simuliert aussieht das ist nicht von uns gemacht die Simulation sondern die kommt vom Corsica Projekt also Corsica das ist eine Simulations Software hauptsächlich Karlsruhe Institute for Technology meine ich heißt es entwickelt auch speziell zur Simulation von solchen hochen energetischen Schauern das jetzt jetzt ein Schauer der resultiert hat aus einem Proton mit 10 11 Elektronenvolt Primärenergie also das sind dann 100 gv Energie knapp dann nicht ist dann direkt auf gleich einfach noch zu zwei größeren schauen also der hat schon dann 10 tv Primärenergie und dann nochmal 10 auf 15 also das sind dann 100 tv beziehungsweise hier ist schon ein pv genau also sieht man schon dass die Größe der Schauer Radius schon deutlich zunimmt mit der Energie und das ist jetzt nur für Proton wenn man sich nochmal die Schauer anschaut für größere Kerne dann ist der Impact noch deutlich größer genau und wie wir das machen wir benutzen nicht Corsica sondern wir benutzen Joint4 das ist eigentlich eine Simulationssoftware aus der Hochenergiephysik zum Beispiel am CERN oder am GSI also in Darmstadt ist das GSI da wird auch mit John simuliert genau weil wir nämlich auch an wirklich Einzelteilchen interessiert sind und nicht nur an Flussraten deshalb nutzen wir John dafür das Problem an John ist ein bisschen dass dadurch dass das für Beschleuniger Physik oder für Situationen von Beschleunigern gedacht ist ist natürlich die Energie nach oben begrenzt weil die einfach die großen Energien nicht erreichen die solche hoher energetischen Schauer haben da kommt auch Limit im Moment können wir maximal 10,16 Elektronen Volt simulieren wir wollen aber bis 10,20 Elektronen Volt kommen das heißt da fehlen noch ein paar Größen Ordnung da sind wir auch gerade dran das noch hinzukommen ist aber auch noch einiges an Arbeit bis das dann soweit ist dann ist das zweite Problem das ist ziemlich rechenintensiv so ein Event mit 10,16 Elektronen Volt um das zu simulieren braucht auf sechs Kern circa 120 Stunden das sind knapp sechs Tage und dabei ist es leider so dass der Zusammenhang zwischen Energie und Laufzeit scheint linear zu sein zumindest bei den Energien die wir simuliert haben bis jetzt das heißt man kann sich ausrechnen bedanken dass dann dauert wenn man noch um vier Größenordnungen höhere Energien simulieren will deshalb müssen wir uns da ein bisschen was anderes überlegen als auf einzelnen Rechnern zu simulieren leider ist das Benutzen von einem Cluster dabei ein kleines Problem auch bei der Uni gibt es natürlich auch Rechencluster allerdings ist die Struktur von der Simulation so dass es relativ schwer ist das auf dem Cluster aufzubringen deshalb haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen und zwar von City at Home wer City at Home nicht kennt das ist ein Projekt wo sie wo man im Prinzip als normalsterblicher nicht nur als Physiker in der Universität Rechenzeit sagen wir spenden kann für das Projekt genau und das ist auch unsere Idee also das wird unsere Simulationen aufteilen auf möglichst viele kleine Simulationen und dann auf möglichst vielen Kernen rechnen zu lassen und das ist natürlich dadurch dass wir auch ein Community Projekt sind bietet sich das natürlich an dass wer da Lust zu hat auch mal ein Rechenchor zur Verfügung stellen kann damit solche großen Simulationen auch möglich sind im Moment ist das Ganze noch sehr konzeptionell also das ist noch nicht wirklich ausgereift das was ich eben gezeigt habe diese 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 Rechnung auf sechs Kernen das ist schon ein Ansatz dafür sprich das ist schon eine Aufteilung in kleinere Situationen allerdings ist da die ganze Infrastruktur für da ist die ganze Infrastruktur für ein ganz verteiltes Rechnen noch nicht gegeben so genau wie die Idee dahinter ist man hat im Prinzip so einen Scheduling Server in dem man eine Simulation reinsteckt der teilt selbstständig auf und schließt es auch an ein instituts internes Cluster an wo natürlich auch ein bisschen gerechnet wird aber hauptsächlich siehst du ja auch dass wenn Leute Lust auf Citizen Science haben dass sie auch Rechenkerne zur Verfügung stellen und dass dann der Scheduler auch Simulationen an externe Rechen-Nodes gibt dafür brauchen wir auch tatsächlich Unterstützung also das ist ziemlich viel Programmierarbeit und dadurch dass wir auch ein relativ kleines Kernteam sind ist es natürlich für uns relativ schwierig so ein doch recht ambitiertes Projekt zu programmieren das heißt wer Programmiererfahrung hat oder Lust darauf hat und gerade auch C++ Erfahrung hat der ist auch herzlich eingeladen zu mitzuarbeiten und mitzumachen ja ein anderes Entwicklungsprojekt das was wir gerade verfolgen ist die direkte Messung von primären Teilchen auf Satelliten was wir bis jetzt machen ist nur eine ganz indirekte Messung der Millionen die am Erdboden ankommen aber es wäre natürlich sehr interessant auch direkt die Primärteilchen messen zu können und dadurch haben wir gerade ein Entwicklungsprojekt wo wo auch ein aufs Nisalatoren basiertes Detektor Gerät auf hauptsächlich Mikrosatelliten verbaut wird um genau das zu messen das ist aber auch noch in einer sehr sehr frühen Phase also das wird auch noch da wird noch einige Zeit ins Land gehen bevor das reif ist und einsatzfähig ist wer Lust hat mit zu arbeiten unser GitHub Projekt ist hier auch zu finden und wer jetzt speziell sich an uns wenden will zur Entwicklung und Programmierung da gibt es hier eine Adresse da kann man sich melden gibt es da zum speziellen auch noch Fragen ich sehe gerade im Chat also die Datengröße ist nicht so das Riesenproblem es ist einfach das Hauptsicht Problem dass die dass es einfach sehr sehr viele Interaktionen zu berechnen gibt die einfach die schiere Zahl der Interaktionen nimmt einfach mit der Energie auch zu bei niedrigen Energien die gehen meistens relativ schnell die Simulation aber in hohen Energien da fängt das dann an und man muss sehr sehr viele Sachen beachten und einfach sehr viele Teile simulieren Ich hatte noch eine Frage und zwar wo kann man die Sätze bestellen und wie viel werden sie kosten das ist im Moment zum Beispiel könnt ihr uns einfach an support.myonpire.org eine Mail schreiben und uns einfach nachfragen und dann melden wir uns einfach bei euch es gibt aber auch die Möglichkeit wir vorhin schon einmal genau ein Ticketsystem das ist auf ticket.myonpire.org da kann man auch direkt ein Ticket erstellen wenn man so einen Detektor haben will Kosten ist ungefähr auch in der Größenordnung wie ein WinRaspiPi kostet also in der Größenordnung 50 Euro knapp Ja also diese Sets wollten wir in zwei verschiedenen Formen anbieten also einmal komplett gar nichts also unbestückte Platinen die Bauteile dazu gepackt in solchen Netten auf so Papier geklebt mit Teser einfach alles zusammen in einen Karton oder halt fertig komplett fertig das war so unsere Idee Da hätte ich auch eine Frage zu kann man die sich nicht auch komplett bestückt bei JLSC dann bestellen oder gibt es da zu viel Bauteile die die vielleicht da nicht vorrätig haben Hans weißt du ob man sich das da bestellen kann also ich weiß auf jeden Fall dass es ein paar Teile gibt die man da nicht kaufen kann zum Beispiel den Ublox Chip den kann man dort nicht direkt bei ja bei den Chinesen kaufen genau also im easy da gibt es eine BOM oder beziehungsweise im easy EDA Projekt selber habe ich die alle Bauteile so editiert dass da die Bestellnummern schon mit drin stehen wenn man sich die BOM extrahiert man kann die BOM auch die ist da angehängt als Open Office oder Excel Tabelle sich anschauen und da hat man eine Auflistung aller Bestellnummern bei zwei Distributoren und zwar einmal dieses vergessen Namen immer LCSC also der größte asiatische Distributor und einmal Mauser sind aber bis auf ganz wenige Ausnahmen alles Standard Komponenten die Ausnahme ist einmal der Ublox Chip den kann man aber inzwischen auch relativ bei relativ vielen Distributoren bekommen oder man bestellt es direkt bei Ublox in der Schweiz was natürlich den Nachteil hat dass Einzelstück kauft der nicht 12 Euro kostet oder 11 Euro sondern 25 Euro 20 50 Stück kauft dann wird der Einzelstück Preis dann auch gering und die zweite Komponente die nicht ganz so Standard ist der Fotosensor das IPM im Prinzip kann man den die Platine ist jetzt noch nicht im Easy Eder zugänglich das wird aber jetzt demnächst kommen kann die auch bestücken und die IPM selber kann man bei KTEC kaufen das ist der Hersteller das ist eine Firma in München und die verkaufen die auch einzelstückweise wobei dann natürlich auch der Mengenrabatt oder negative Rabatt sozusagen so ist dass wenn man ein Einzelstück kauft das nicht mehr 13 Euro sind sondern auch so um die 20 Euro oder so aber man kann im Prinzip alles auch irgendwo bestellen das ist die meisten Teile kriegt man bei den Standard Distributoren ja aber also diese den Service den die haben nämlich dass die Bestückung machen das benutzt sie dann quasi nicht das jetzt richtig raus die Bestückung von dem das ist ein guter Vorschlag das haben wir noch nicht probiert das würde ich aber irgendwann mal probieren aber nicht mit so einem relativ komplexen Board wie diesem MyronPie Board sondern da würde ich erstmal ein kleineres Projekt also zum Beispiel diesen Peak Detektor der jetzt hier nicht zu sehen ist aber wir gleich mal hier die Kamera anmachen und dann so einen Detektor in Aktion sehen und da gibt es auch einen Peak Detektor der oben drauf gesteckt ist auf diese Pinheader und da sind weniger Komponenten drauf und das wäre vielleicht das Erste was ich da mal ausprobieren will das Problem ist eben dass die Firma JLC PCB die das dann auch macht die müssen halt die Komponenten auf Lage haben oder die müssen die anbieten und das habe ich nicht geprüft welche dieser von uns eingesetzten Komponenten da vorhanden sind ja ist klar also ich kann nur erzählen bei Seed Studio hatten wir schon ein paar Mal was bestellt oder auch anderen und leider also bei einem ganz ähnlichen Projekt wie Cosmic Pi und da hatten wir ständig Qualitätsprobleme und wenn es jetzt aber gut ginge bei JLC SC dann wäre das natürlich ziemlich cool weil dann könnte man ja echt unabhängig dort mehr oder weniger die fast ganz bestückte Platine bestellen das wäre natürlich schon ziemlich genial und auch weniger Aufwand für euch wahrscheinlich genau also es ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag und wir werden das irgendwann auch probieren vielleicht noch mal einen Kommentar zu den Optionen im Moment haben wir so geregelt dass das Detektor ist halt den größeren Platten und die können nur durch eine feinmechanische Werkstatt die sich damit auskennt bearbeitet werden und da haben wir eben eine im Haus und darum werden die Platten also schon in die richtige Form gebracht und poliert und von uns dann verpackt das kann im Prinzip auch jeder selber machen wir haben da eine entsprechende Anleitung im Wiki ein How-to wie man die Direktoren selber verpackt aber im Prinzip würden wir die Direktoren zur Verfügung stellen und zwar ist das Modell so da wir ja das Material gespendet bekommen haben ist das sozusagen auf Basis einer Dauerleihgabe erstmal pro Forma das läuft so ab dass die User die einen Detektor bei sich betreiben wollen dann eine eine ein Pfand hinterlegen und dann den Detektor einfach benutzen und wenn sie den Detektor irgendwann nicht mehr brauchen oder bevor sie weg schmeißen dann geben sie ihn an und zurück weil das Detektor Material eben auch begrenzt ist die sind halt zu schade dafür das ist auch der Grund des Pfands aber wir können die nicht verkaufen weil das ja im Prinzip schon eine kostenfreie Spende war trotzdem ist es zu schade einfach die so raus zu schmeißen wir haben noch genügend Material bei uns im Keller aber die Arbeit von vorn bis hinten um so ein Detektor fertig zu machen die ist schon immens und das machen wir in unserer Freizeit im Prinzip darum ist es so gedacht dass man eine moralische Schwelle ansetzt damit die Leute nicht einfach aus Jux und Dollerei sich so einen Detektor bestellen und dann im Schrank verstauben lassen dafür ist es zu schade und alles andere ist ja oben Hardware kann man im Prinzip selber sich zusammen bestellen wir bieten aber an das ist auch in unserer Freizeit machen wir das das ist dieses Tütchen da unten auf der Folie links unten auf dem Foto beziehungsweise rechts unten auf dem linken unteren Foto in dieser Tüte steckt die PCB und alle Komponenten vereinzelt also jede einzelne Komponente die da drauf gelötet werden muss haben wir hier vereinzelt haben wir also die die Abschnitte dann auseinander geschnitten für jede Komponente das sind wie über 100 einzelne Komponenten ganz viele Widerstände Kondensatoren ICs und so weiter und dann auf so ein Blatt Papier aufgebracht mit so einer Matrix drauf dann mit Tesafilm fixiert und einzelne Abschnitte wieder zerschnitten das ist ein heiden Aufwand das haben wir auch überhaupt beschrieben gehabt aber so kann man das zumindest in einem stück selber bestücken man hat die möglichkeit die Komponenten zu identifizieren wie man da oben drüber sieht da sind eine ganze Menge Kondensatoren die kann man sowieso nicht von außen so richtig unterscheiden da bräuchte man LCR Meter also im Prinzip würde das gehen die einfach alle in Tüte zu schmeißen und dann sollen die Interessenten dann halt selber sich die Komponenten vermessen aber das ist natürlich ein sinnlicher Aufwand und darum haben wir das so vorbereitet dass man das vernünftig bestücken kann das bieten wir an zum Selbstkostenpreis und für sozusagen eine kleine Spende für die Kaffeekasse sage ich mal für unseren Aufwand und parallel sind die Mitarbeiter am Projekt dann eben auch schon geschult die Platinen zu bestücken einer der das inzwischen recht routiniert macht sitzt neben mir der Simon der hat jetzt jüngst auch ein Zeitraffer Video auf YouTube hochgeladen wir haben jetzt auch einen YouTube Kanal wo das erste Video Zeitraffer von so einer Platinen Bestückung zeigt und wer so eine Platine selber bestücken möchte der kann also sich einfach das Video mal anschauen und auch sich die Wiedergabegeschwindigkeit ändert und da kriegt man einen ganz guten Eindruck wie aufwendig das ist oder an welcher Stelle man welchen Kniff einsetzen soll oder oder ja und wir bieten das sozusagen als Fertigkit an für die Leute die da wirklich eine Motivation haben sich so einen Detektor aufzustellen und im Netzwerk teilzunehmen ich weiß nicht wer teilt gerade den Schirm kann jemand mal unsere Webseite zeigen Daniel kannst du einfach mal unsere Webseite zeigen um einfach zu zeigen wo schon Stationen stehen das ist erstmal gießen also alles was grün ist sind schon bestehende Detektoren alles das rote sind zukünfte oder geplante Detektoren und dann sieht man hier relativ schön schon die Universität da stehen mehrere und dann stehen außenrum verteilt hauptsächlich wir jetzt die genau und dann gibt es am CERN noch stehen ein paar genau und ist im Prinzip schon schön flächendeckend über Deutschland an einigen Stellen was verteilt und sogar neuerdings auch in Wales haben wir auch schon eine Station stehen ich hätte noch eine Frage zu der Zellrate an Millionen ist ungefähr das was ihr erwartet also ich kann es vielleicht noch mal kurz ausholen also ich beobachte das Cosmic Pie Projekt seit Jahren gehört also ein bisschen zum Team das ist ein ganz ähnliches Projekt am CERN was lange nicht so weit gekommen ist wie ihr würde ich sagen also ziemlich beeindruckend was ihr auf die Beine gestellt habt und wie weit ihr damit seid und also wir haben irgendwann umgesattelt auf zwei Zinsillatoren also die Energie Amplifier oder beziehungsweise die zeitliche Messung von den Energiepulsen war nicht gut genug um die Landlaufverteilung vom Rest zu unterscheiden das geht ja bei euch aber trotzdem hätte ich die Vermutung dass ihr immer noch einige Gamma und Beta Elektronen seht von Radon und so weiter das ist interessant also seid ihr zufrieden mit der Zellrate von einem Detektor das Konzept ist ja im Prinzip etwas anderes als bei euch nämlich sehr sehr genau die kosmischen Mionen bestimmen wollt und zählen wollt und auch aus der Absolut Zellrate sozusagen eure Schlüsse ziehen wollt bei uns ist die Philosophie eine andere wir sind eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert wo genau wir in die Energieverteilung reinschneiden da wäre die Elektronik noch viel aufwendiger um da sozusagen die genaue Kalibrierung mitzuführen oder immer noch mitzumachen das heißt die Single Fotoelektronen Einheiten festzustellen wir überlegen auch wie man das noch implementieren kann aber für die Energie oder um die Schwelle sozusagen Energieeinheiten zu definieren das ist sehr aufwendig darum haben wir von Anfang an im Prinzip gesagt wir wollen so viel wie möglich messen eigentlich vollkommen egal was es ist weil wir ja am Ende nur die Konzidenzen anschauen und die Konzidenz also die Bestimmung der Gleichzeitigkeit oder also auch die Laufzeiten oder Laufstrecken berücksichtigt also Gleichzeitigkeit heißt ja bei drei Kilometer auseinanderstehenden Detektoren dass da eine Zeitdifferenz von einer Mikrosekunde sein kann bis zu einer Mikrosekunde das wäre dann immer noch sozusagen ein zusammengewöhnliches Event da gab es eine Folie mit dem ersten größeren Schauer den wir beobachtet haben und das ist so ein starkes Kriterium dass man sich da überhaupt keine Sorgen mehr machen muss wenn man mit mehr als zwei oder drei Detektoren eine Konzidenz sieht die irgendwie physikalisch sinnvoll ist von den Laufzeiten her dann schneidet man sofort den ganzen Untergrund weg und das ist glaube ich auch der Vorteil bei uns dass wir dass jede Station autark ein Timing hat was genau genug ist dass man da so eine hohe Sensitivität hat wenn man den Einschauer erügt der von dem 10 oder 20 Elektronen ausgelöst wird der einmal im Jahrhundert in unserem Cluster in Gießen zum Beispiel runterkommt dann sehen wir den auch einfach weil die Konsistenz Multiplizität dann irrsinnig groß sein wird das heißt da werden dann mit also der Einzeldetektor Effizienz die alle multipliziert miteinander von engen Detektoren hat man dann also schon irrsinnig viele Detektoren die dann gleichzeitig ansprechen und dann findet man den egal wie der Untergrund ist egal ob ein Detektor jetzt irgendwie mehr rauschen sieht oder nicht das ist zusammen insgesamt eine sehr gute Filter die Konsistenz da brauchen wir keine Einzelkonsistenz aber es geht auch also dadurch dass wir zwei Eingänge auf dem Headboard bereitstellen kann man so einen Detektor man sieht ja die Form die ist auch nicht von ungefähr gewählt die ist sozusagen auch durch Raytracer Simulation auch verifiziert zumindest weil da die interne Reflexion so optimal ist dass man ungefähr eine gleiche Response hat über die Detektor Fläche und im Prinzip sind die beiden Stimmenflächen auf einer klebt jetzt das Saipen Wort man kann auf die andere auch noch ein Saipen drauf kleben und dann die beiden in Koenzidenz beobachten haben wir auch einen Detektor im Labor mit laufen und da schneidet man auch schon eine ganze Menge Untergrund weg obwohl das natürlich nicht der Untergrund ist den man da also man kann nicht trennen ob das jetzt tatsächlich ein Teilchen ist aus einem K40 Zerfall oder aus der radioaktiven Untergrund Strahlung oder aus dem kosmischen Ion aber das hilft auch schon mal vielleicht noch eine Anmerkung euer Detektor ist ja auch ziemlich mobil letztlich glaube ich wenn man einen starken USB Akku nimmt dann könnte man damit auch mobil sein wenn man wollte am Genfer See zum Beispiel der ist tief genug auf der Höhe von Lausanne so da ist 50 60 Meter tief und dann kann man die komplette terrestrische Strahlung ablocken einfach durch das Wasser und das ist ziemlich beeindruckend wie zumindest bei den meisten Direktoren Geigerzählern auch die Zellrate um die Hälfte einknickt ich weiß es nicht in Deutschland müsste wahrscheinlich auch ein zwei Sehnen geben die tief genug sind wo man das machen kann nur mal so als Anregung finde ich ziemlich cool das selber auch mal zu sehen naja das ist interessant okay gute Anregung ich lese gerade ein paar Fragen die wenn man keine Internetverbindungen hat dann kann man wie der Lukas schon geantwortet hat mit einem extra Aufsteckboard im Prinzip muss man nur auf das Projekt auf die Projektseite in easy da gehen also easy da gleich mühren pay oder da gibt es auch ein Projekt eines gsm oder gps aufsteck worts worüber man einfach die mobile Daten sozusagen die mit dem server verbinden kann und die Daten da abschicken aber wir haben es noch nicht probiert tatsächlich so eine autarke Variante mit einem Akku aber im Prinzip würde das gehen man USB Pi Zero mit dem mit diesen mobilen Daten vor Ort könnte man irgendwo aufs Feld stellen in der Tupperware Dose das werden wir auf jeden Fall noch machen und dann mal schauen und dann könnte man im Prinzip dann irgendwo hintragen sind noch andere Fragen sonst würde ich einfach mal hier unsere Kamera anschalten und vielleicht mal live so einen Detektor zeigen genau was wir haben ist einfach der Raspberry das ist die neueste Generation Version 3.1 und hier steckt eben dieser Peak Detektor das Aufsteckbord drauf man sieht hier ein paar LEDs blinken einmal die blaue LED die die Ereignisse von dem Detektor anzeigt und hier eine weiße LED das ist der 1 PPS Puls vom GPS Empfänger hier ist eine Antenne über ein SMA Kabel angesteckt die haben in der Nähe des Fensters gelegt und hier mit diesen wir haben uns irgendwann mal für diese UFL Steckverbinder entschieden die sind nicht ganz optimal also wenn man die zehnmaligen an und ab steckt dann sind sie auch kaputt muss man ein bisschen vorsichtig sein das ist der Eingang für den das andere Kabel ist die Spannungsversorgung die hier onboard erzeugt wird und auch einstellbar ist das kann wir gleich im Moment zeigen für die IPM wird auch hier auf dem Preamp gesteckt auf dem Preamp befindet sich dann noch ein Filter um die Spannungsversorgung oder die Device Spannung stabil zu halten und dann eben dieser Microwave Amplifier der bei Mauser Euro 3 oder so kostet also das Gesamtkonzept ist halt dass es Low Cost sein soll so dass es für jeden im Prinzip bezahlbar ist und nur so erreicht man eben eine große Verbreitung von Stationen das ist also unsere Philosophie also keine exotische Hardware und darum ist diese Hardware eben auch in der Präzision also zum Beispiel die Messung der Folshöhn und so auch unterlegen anderen Lösungen gegenüber es gibt mehrere solche Projekte unanderem Cosmic Teil also ich staune was für eine Arbeit da auch reingeflossen ist ich habe mir das auch genau angeschaut mit der James das wirklich pedant was so Präzisionsarbeit angeht Projekt also das ist schon beeindruckend aber wir wollen im Prinzip keine Energiespektren genau messen sondern wir wollen einfach nur die zeitliche Koinzidenz genau bestellen das klappt eben ganz gut durch die Synchronisation jedes einzelnen jeder einzelne Detektorstation über das Satelliten Netzwerk und darüber werden dann die Timestands erzeugt weitere Voraussetzung ist die dass man den Timestand im Nanosekunden Bereich auch erst mal erzeugen kann und das geht glücklicherweise mit diesen Ublox Chips das geht nicht mit allen GPS Empfängern oder Satelliten System Empfängern aber dieser gerade hat so einen Interrupt Eingang wo jede steigende Flanke und auch feinde Flanke mit Nanosekunden Zeitstempeln versehen wird und das ist eigentlich ein Glücksfall das ist die Hardware ist eigentlich relativ robust hier sind noch ein paar mehr LEDs zum Beispiel die grüne LED die zeigt an wenn der Telemetrie Link über das MQGT Protokoll mit dem Server aufgebaut ist wenn die nicht leuchtet dann heißt es dass da ein Problem mit dem Netzwerk gibt oder der Server ausgefallen ist kann auch ab und zu passieren die beiden anderen LEDs hier gelten die Anzeige für die Betriebsspannungen für 5 und 3 Volt und die rote ist die Anzeige dafür dass die Bias Spannungsversorgung angeschaltet angeschaltet das ist der Hauptbahn im Prinzip muss man nur das wenn man die Einzelteile vor sich liegen hat im Prinzip nur alles zusammenstecken man muss die beiden Kabel da gibt es eine Anleitung im Wiki an die richtigen Stellen stecken einmal auf dem Vorverstärker einmal auf dem Myon Pie Board die GPS Antenne Anschrauben und die Spannungsversorgung anstecken und alles andere ist dann Software und das wird der Simon jetzt demonstrieren So dann machen wir erstmal ein Hallo von meiner Seite aus zur Installation haben wir auch bei uns im Wiki auf das GitHub Repository verlinkt und im GitHub Repository ist zu jedem Release was wir publizieren werden sind da auch die Debian Pakete dabei man kann natürlich direkt aus der Source kompilieren das Ganze funktioniert mit CMake das werde ich jetzt hier aber nicht machen wir haben hier im Verzeichnis jetzt schon direkt das Debian Paket liegen das könnt ihr euch dann einfach aus dem Release jeweils runterladen ich weg funktioniert das leider nicht also standardmäßig ist eigentlich der Weg der dass man einfach unser Repository mit den Paketquellen des Systems hinzufügt also zur Abt zum Beispiel und dann kann man die Pakete ganz einfach mit Abt Install installieren wir müssen das jetzt hier dann leider mit der lokalen Datei machen ist aber so auch kein Problem also wie gesagt ihr könnt euch dann auch die Debian Pakete so aus dem Repository runterladen dann macht ihr es genauso wie hier so der Nurendetektor Demon der also dafür zuständig ist die Messungen aufzunehmen und über die MQTT Bridge an unseren Server zu schicken der ist jetzt nach der Installation erst mal inaktiv also müssen wir dann noch einmal starten so jetzt läuft ja schon und dann können wir uns auch schon die GUI angucken so genau das ist dann unsere GUI dann können wir hier also schon die Statistik der Zierrate uns ansehen für die letzten 45 Sekunden hier auf der linken Seite haben wir unsere Thresholds jeweils für die beiden Kanäle für die beiden Eingangskanäle der Threshold für den zweiten Kanal der ist natürlich jetzt auf 1 Volt also auf das Maximum eingestellt weil wir keinen zweiten Zintillator angeschlossen haben sondern nur den ersten Channel benutzen und mit dem Threshold von 85 BV erreichen wir also hier eine Zierrate von 3,8 pro Sekunde ungefähr was wir jetzt machen können ist einfach mal die Kamera wieder auf den Raspberry richten sodass ihr die LEDs sehen könnt so sieht man das eigentlich ganz gut so jetzt können wir einfach mal zum Beispiel an den Frechhold drehen also den Frechhold ganz hoch setzen zum Beispiel dann wird man sehen dass die blaue LED hier dann gar nicht mehr blinkt nur noch die weiße das ist halt der Satellit empfangen und jetzt kannst du einfach mal den Frechhold das sieht man ja live einfach runter stellen und irgendwann fängt die wieder stärker als vorher weil der da sieht man dass die C-Rate da sich stark verändert das dauert immer ein paar Sekunden bis die dann eingeschwungen ist weil da so eine kleine Mittelwertbildung parallel vorgenommen wird gleichzeitig sieht man ja auch noch die wichtigsten Anzeigen also dass der Timing Pulse da ist also dass der Satellitenumfang in Ordnung ist dass die MQTT Verbindung zum Server da ist gleichzeitig auch noch verschiedene Messwerte und ja das kann man sich anschauen dieses GUI-Programm läuft jetzt auch auf einem anderen Rechner kann auf dem gleichen Raspberry ausgeführt werden wenn man da einen Monitor dran hängen hat unten aus kann man die da starten aber kann auch auf irgendein anderen Rechner im lokalen Netzwerk laufen und man verbindet dann einfach mit der IP-Adresse des Restaurants was man hier sieht ist ein detaillierterer Überblick über die Telemetrie Zeitauflösung oder Zeitgenauigkeit dargestellt dann hat man dann auch nochmal so einen internen Hardware-Counter wo man auch sieht wie die Ereignisse hochzählen das AF Frontend wird da auch mit Daten einsehbar und die Anzahl der Satelliten und welche Satelliten da im Empfangsbereich sind man kann da auch sich die Spuren aufakkumulieren und abspeichern und das war glaube ich auch in der Präsentation gab es eine Folie mit so ganz ganz vielen Spuren von den Satelliten und das ist ganz interessant weil wenn die Spuren so dicht sind dass man praktisch kein weißes Feld mehr sieht dann kann man tatsächlich aus der Empfangsfeldstärke auch zum Beispiel die Horizont Silhouette sehen im Frequenzbereich der Satellitenträger Frequenzen also die L1 Frequenzen bei 1575 kann man bestimmt auch schön Spielchen mit treiben es wird nach dargestellt zum Beispiel die also es gibt noch viele interne Parameter die man sich dann auch stellen kann Statistiken Histogramme und so eine Kalibration genau das muss einfach eins auswählen und dann wird die statistische Verteilung angezeigt über die letzte Zeit ja also diese ist im Prinzip die Möglichkeit um von dem MyonPy Detector alle Parameter festzustellen oder sich anzuschauen und auch zu verändern also die Bias Spannung also was wir machen können ist einfach dass du mal die Bias Spannung ausschaltest und dann kann man hier sehen erstens dass die rote LED für die Bias Spannung ausgeht und auch sofort das Blinken der Event LED aufhört das ist der Fotodetektor die Seite spannungslos und damit liefert die keine Signale mehr die Beispannung kann auch verändert werden die aktuell anliegende Spannung kann man unter Parameter anschauen rechts unten in dem Feld 227 Volt und der Strom der Weißstrom der Fließ wird auch mit gemessen diese ganzen Parameter werden auch über den MQTT Link in regelmäßigen Abständen als Logdaten zum Server geschickt und werden hinterlegt so dass man die sich auch anschauen kann gibt es noch Fragen Anregungen hier sehe ich gerade die Frage die Sintillatoren ob die BC4 oder 12 sind ist ein Begriff wir benutzen die Sintillatoren von Elgen das ist das Konkurrenz Unternehmen BC Bicon gibt es auch schon lange nicht mehr aber es gibt eine Vergleichbarkeit müsste ich in Parameter Tabelle gucken aber wir benutzen Elgen EJ202 und EJ248 und ich glaube EJ202 ist ähnlich in Parametern wie dieser Bicon 410 und 12 aber es gibt auch kleine und feine Unterschiede bei den verschiedenen organischen Sintillatoren einige sind mit Geschwindigkeit der Freigabe der Sintillations Photon zum Beispiel zusammen dem Light Gild Sensitivität auf Neutronen und solche Sachen aber für uns spielt das alles gar keine Rolle weil wir eine so Standard Anwendung haben nämlich minimal ionisierende Ionen einfach zu messen und die Messgenauigkeit oder der Energiedeposit also was in der Energiedeposit Verteilung dieser Landdauer Verteilung entspricht die ist schon so einfach weil das ein statistischer Prozess ist es wird mal mehr mal weniger Energie beim Durchdringen eines Mio und das Material übergeben dass da auch die Dicke und die genauen Eigenschaften des Materials für diese Anwendung unkritisch sind und das ist auch der Grund warum wir uns eben auch gefreut haben über dieses Abfall Material das war einfach Zufall bei einer Konferenz in den USA hat den Chef das auch schon 80 oder so angesprochen der macht das auch nur aus Freude und nicht aber arbeiten muss sondern was es will in diesem Bereich den Chef der Firma Engine angesprochen und einfach mal Mut gehabt und gefragt was die wohl mit dem Abfall Material machen oder dem Bruch Material da sagte ja ich habe gerade mit meinem Sozius telefoniert und der hatte mir nämlich gesagt unser Keller ist jetzt voll mit Abfall Material und wir wissen jetzt ein Unternehmen beauftragen das zu beseitigen habe ich gesagt ja wäre schön wenn wir das irgendwie kriegen könnten wir würden es auch kostenlos nehmen wir würden es auch für einen guten Zweck einsetzen nämlich für so ein Citizen Science Projekt wo wir auch Studenten und Schüler Schulen einbinden und da hat der sich dann gefreut dass sein Müll los war und für uns sind die Direktoren tage los die wurden weggeschmissen weil die sich in den Spezifikationen einfach vom Auftraggeber um ein paar Mikrometer Dicke oder 100 Mikrometer Dicke unterschieden haben sodass das dann nicht mehr in die Halterung oder so reinpasste und das dann einfach nicht nutzbar war aber für uns ist die Dicke vollkommen irrelevant und deswegen stellen wir auch jedem interessierten Nutzer der seine Station befreien möchte das ist zur Verfügung man ist an seltenen Ereignissen interessiert während doppelt größer sind wir besser da diese doppelt so viele Ereignisse detektiert ja eine größere Fläche ist immer gut aber hier kommt wieder so eine technische grenze nämlich wenn wir doppelt so viele Ereignisse hätten man kann ja ungefähr abschätzen die Ereignisse ld hier blinkert so mit einer rate von 3 bis 4 hertz das ist tatsächlich etwa die rate die man erwarten würde von an millionen die durch diese fläche durch treten das ist ungefähr die fläche ans die 5 platz würde ich 8 oder 10 hertz 6 bis 10 hertz dann hätten wir ein Problem mit dem U-Blocks chip der hat nämlich so eine Eigenschaft der kann zwar einzelne Ereignisse super genau time senden jede Flanke auf einer nanosekunde datieren aber hat eine Todzeit wenn er es einmal getan hat von 100 Millisekunden und da die Verteilung statistisch ist kann es eben auch bei einer Rate von 3 hertz schon vorkommen dass man Ereignisse hat die nur eine Millisekunde auseinander liegen und die verliert man natürlich auch jetzt verlieren der Ereignisse das ist klar aber bei einer Rate von 3 bis 4 hertz sind das eben noch schmerzbar viele wenn der Detektor größer wäre dann würden wir durch diese Intrinsicht Todzeit von dem Newbox Chip wesentlich mehr Ereignisse verlieren und damit wird es dann wieder ineffizienter also wer mitmachen möchte einfach auf unsere Homepage gehen und wer selber auch seinen Detektor betreiben möchte am besten eine Supportanfrage in unserem Ticketsystem tickets. www.mion.by.org gut also die Idee ist die dass jeder Interessent der selber auch so einen Detektor betreiben möchte und damit auch rumspielen möchte es gibt verschiedene Möglichkeiten wie wir versucht haben darzustellen also mit mehreren Detektoren oder mit einem Detektor zum Beispiel auch versuchen die Immunalebensdauer zu rekonstruieren oder verschiedene Raten was man auch machen kann da haben wir jetzt auch einen Schüler Praktikanten dran die so systematische Messungen zu machen also zwei Detektoren in Koenzidenz betreiben und dann einfach den Winkel also den Anstellwinkel zwischen beiden Detektoren oder die beiden Detektoren aufzuhängen in einem Drehgestell und dann dieses Gestell drehbar zu machen sodass man in verschiedene Richtungen schaut mit der Konstanz und damit die Winkel Verteilung zu messen einmal wie man sehr erwartet also die Winkel Verteilung der Mion Spuren folgt seine Größen des Quadrat Verteilung aber und das ist viel interessanter und das ist glaube ich auch so von Jahren überall in den Medien gekommen oder bekannt geworden dass durch genau diese Methode eine neue Hohlraum in der Keops Pyramide entdeckt wurde also was man da macht ist einfach die Raten von Mionen in verschiedenen Winkeln oder Richtungen sehr genau zu messen und dann zu schauen wenn natürlich ist die Rate etwas geringer das ist also weniger als ein Prozent Effekt wenn in dieser Richtung mehr Material sich befindet oder etwas weniger Material man kann also praktisch so eine natürliche Tomografie von Gebäuden oder von geologischen Strukturen machen ich glaube die ersten waren die Japaner die dann einen der balkischen Aktivität verdächtigten Vulkan durchleuchtet haben damit indem die also Löcher gebot haben neben dem Vulkan Kegel und dort solche Direktoren einfach versenkt haben und dann ein Jahr gemessen oder so und damit praktisch so viel Statistik aufgesammelt haben um alle Trajektorien einmal zu bekommen und damit auch ein tomografisches also ein dreidimensionales Bild der Magmakammer zu erstellen und das kann man im Prinzip mit diesem Detektor oder mit zwei dieser Detektoren und einem MyonPi Board auch nachvollziehen man kann das eigene Haus sozusagen durchleuchten aber noch mal zurück wer also Interesse hat sich so einen Detektor aufzustellen und und das ist ja der eigentliche Grundgedanke des Projektes in dem Projekt in dem Netzwerk mitzuwirken um dann größere Strukturen in der Konzidenz zu messen der sollte sich in dem Ticketsystem unter tickets.myonPi.org registrieren dann ist er bei uns auf dem Schirm und dann kriegt er auch eine realistische Abschätzung wann der Detektor fertig sein wird. Im Moment ist die Pipeline relativ lang sind etwa 30 Detektoren die wir jetzt noch herstellen müssen und das wird noch etwa ein Vierteljahr dauern. Also einige die müssen sich schon geduld haben. Haben Sie ganz nochmal auf die Frage von Ben eingehen er hat nämlich gefragt die Anforderungen oder Wünsche an die Teilnehmenden die Aufstellungsorte und was uns an den User Anfragen interessiert? Das ist eine gute Frage ich weiß es nicht im Moment sind wir froh wenn wir eine möglichst breite Verteilung haben der Punkt ist der wir wissen das tatsächlich nicht also man kann natürlich abschätzen wenn die Schauer von ein PEV die haben so grob ein Footprint Durchmesser auf dem Airboden von Daniel du weißt das genauer von ein paar Kilometern ja genau so in Simulationen ist so ein 10 PEV event hat so ein Footprint Radius so knapp 5 Kilometer das das ist schon ja das ist nicht sozusagen deutschlandweit oder so aber so wenn wenn Direktoren immer geklustert in einer Ortschaft oder Stadt stehen kann man die schon erkennen aber ein PEV sind also das 10 15 10 15 Elektronen Volt da fehlen noch 5 Größenordnungen bis zu den größten Energien und wie groß die Footprints der super hochenergetischen Schauer sein können das weiß niemand so richtig kann man durch Simulation herausfinden tatsächlich ist es aber nicht so trivial also Simulation ist auch unser tägliches Geschäft in der Hochenergiephysik aber bei diesen hohen Energien sind die grundlegenden Prozesse in der ersten Interaktion tatsächlich nur bestenfalls ungenau bekannt also man kann das irgendwie parametrisieren aus Einzelbeobachtungen und die Einzelbeobachtung kann man auch ja der Marvin hatte das so ein Plot gezeigt mit der Messung der Häufigkeiten gegen die Energie bei den ungefähr 19 bis 10 oder 20 Elektronenvolt Primärteilchen hat man bisher nur ein Dutzend oder so gesehen also ganz wenige also 10 oder 20 Elektronenvolt also der höchste Datenpunkt ist tatsächlich der hat sogar einen Namen das ist Oh My God Particle weil das einfach so als weiß ich wer das gemessen hat Pierre Auger bin ich gar nicht sicher als die das festgestellt haben dann haben die also wirklich sehr gestaunt sage ich mal ja dass also sowas überhaupt möglich ist und tatsächlich ist auch die Herkunft dieser Primärteilchen umgekehrt es gibt also im Moment in der Astrophysik keinen Prozess der bekannt wäre bekannt wäre es gibt Spekulation aber es gibt keinen Prozess der bekannt wäre der so einem Teilchen so eine hohe Energie verleihen könnte weder eine Supernova ist da genug noch ein Gamma Rebörster oder ein Neutronstern oder was auch immer die Sonne schon gar nicht und das ist das Spannende die sind halt relativ selten und mit unserer Konfiguration wenn wir die Detektoren möglichst weit verbreiten haben wir also eine gute Flächenabdeckung die Dichte spielt natürlich auch eine Rolle also das Beste wäre wenn man wirklich in jeder Stadt ein Paar hat als Cluster und dann eben verschiedene weiter voneinander entfernte Cluster dann sind die Chancen ganz gut diese extrem seltenen Events mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit zu messen muss man zwar immer noch lange warten aber das kann man das ist im Prinzip reine Mathematik da steht irgendwie das höchste Teilchen hat ein Teilchen pro Quadratkilometer pro Jahrhundert da kann man sich ausrechnen wie viel Quadratkilometer effektiver Abdeckungsfläche man bräuchte um auf ein hochenergie dieses Teilchen in der Messung in einem Jahr zu kommen das das geht das geht wie hart ist du besser ich versuche nochmal eine andere herangehensweise auf die Frage also er hat ja geschrieben auch die Wünsche und Ansprüche an den User an sich und ich glaube da geht es ja auch da eher darum dass wenn man jetzt als Enduser seine Station bekommt dass man die aufstellt ins Internet hängt guten GPS Empfang hat eine gute Position für seinen Detektor hat dass alles schön trocken steht damit die Elektronik nicht beschädigt wird aber letztendlich auch was man dann selbst dazu beitragen kann oder selbst damit erforschen kann wir arbeiten unter anderem auch an einer kleinen wir haben es jetzt genannt Praktikumsbroschüre angelehnt an die Praktika die wir für Studenten in der Uni ausrichten wo wir dann verschiedene kleinere bis größere Experimente die man mit einem beziehungsweise auch mit zwei Detektoren dann für sich zu Hause durchführen kann wenn man das denn will das ist jetzt glaube ich noch nicht online aber da werden dann in den nächsten paar Wochen oder Monate dann nach und nach verschiedene Experimente dazukommen für die Leute die sich darüber hinaus dann auch abgesehen davon interessieren das einfach vielleicht nur in den Schrank zu stellen und es laufen zu lassen was für uns selbst natürlich ausreichen würde aber für die User für euch dann an sich auch schön sein könnte selbst damit dann was zu messen und letztendlich müssen wir auch dazu sagen wir wissen ja selbst nicht wo wir letztendlich hinkommen also wir hatten ja glaube ich 2016 angefangen wirklich die allerersten Prototypen und Detektoren zu bauen und so richtig losgelegt dann vor zwei Jahren beziehungsweise dieses Jahr wo wir uns tatsächlich dann wöchentlich treffen die Fortschritte besprechen und auch uns dann auf solche Projekte wie hier vorbereiten und von unserer Perspektive da wir das ja auch nicht hauptberuflich machen ist es sehr schwer beziehungsweise auch relativ schwer sich vorzustellen wo das noch alles hin führt beziehungsweise wie weit das alles geht und wie viel Wissenschaft damit wir treiben können deshalb ist es auch so ein bisschen Aufruf an die Community wer Lust und Zeit hat sich zu involvieren ist gerne aufgefordert bei uns mitzumachen am Anfang waren wir vier Leute es waren Hans und drei Studenten von ihm und mittlerweile ist unser Team bis auf zehn oder zwölf Leute angewachsen vielleicht noch eine noch ein paar zusätzliche Bemerkungen was man mit so einer größeren oder größeren Nutzerzahl oder Ausdehnung dieses Netzwerks erreichen kann also einiges ist tatsächlich nicht bekannt was man dann erwarten kann als Beispiel die bestehenden großen Detektoren Großexperimente wie Pierre Auger oder auch die Neutrino Detektoren die ja auch im Prinzip was mit dieser Art von Strahlung zu tun zu tun haben die sind alle lokalisiert das sind größere also die haben auch größere Ausdehnung natürlich aber es gibt keine Korrelation zwischen verschiedenen super hoch energetischen Events und das könnte durchaus existieren dass also zwei oder mehrere super hoch energetische Teilchen die durch den selten unbekannten Prozess irgendwo in den Tiefen des Universums entstanden sind zeitgleich die Erdatmosphäre treffen und dann eben korrelierte Schauer auslösen in Australien einen Europa danach sucht kein Mensch und wenn man sowas messen würde oder nachweisen würde dann hätte man schon irgendwie einen Zugriff auf viele neue Möglichkeiten die sich dann eröffnen bis hin zu dass man irgendwelche Theorien dann widerlegen oder untermauern kann die zum Beispiel Doktor Materie vorhersagen also das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen aber es gibt durchaus eben Sachen die noch niemand so richtig untersucht hat weil einfach diese Verteilung diese breite Verteilung an Messstationen fehlt ein anderes Beispiel ist das hatte der Marvin auch anklingen lassen die Korrelation zwischen Blitzentladungen zum Beispiel oder das ist auch ein relativ komplexes Feld wenn man sich damit beschäftigt und tatsächlich gibt es natürlich physikalisches naheliegend dass irgendeinen Zusammenhang geben muss zwischen Ladungsaustausch aus der Atmosphäre und dem Erdboden durch irgendwelche geladenen Kanälechen die sich vor so einer Blitzentladung bilden oder die sozusagen den Ladungsaustausch erst mal starten oder triggern und ebenso einer durch so einen hochenergetischen Schauer erzeugten Wolke oder Schauer von oder wie sagt man Vielfalt von geladenen oder ionisierten Spuren die Atmosphäre kreuzen das ist physikalisch naheliegend wenn man irgendwo so einen Ionisationskanal hat dann kann darüber auch Ladung fließen wie ein Draht aber es hat eben noch niemand nachweisen können und wir hätten durch dieses Timing und durch die großräumige Rekonstruktion von Schauer Ereignissen hätten wir die Möglichkeit müssen das halt nur noch irgendwie korrelieren mit Daten zum Beispiel von Blitzortum Org die ja auch so ein verteiltes System an Detektoren betreiben ein anderer Verweis oder Link zu einem interessanten Forschungsgebiet ist die Klimaforschung tatsächlich es gibt in den ganzen Klimamodellen das ist ein extrem heißes Thema heutzutage in den Klimamodellen gibt es auch ein Term der die Kopplung der Wolkenbildung an die an die ionisierenden Teilchen aus dem All enthält und das heißt so eine Schauer so eine Wolke an Ionisationskanälen das sind die bilden Kondensationskeime aus und Kondensationskeime begünstigen eben die Wolkenbildung und da gibt es also auch einen Zusammenhang also ständiger Zuwachs an Wolkenbildung durch eben diesen Anteil der konstant ist möglicherweise aber eben unbekannt und wenn man Klimamodelle verbessern will dann muss man diese Kopplung diesen Anteil besser bestimmen können und das könnte man zum Beispiel indem man die hochenergetischen Schauer besser vermisst und genau das ist praktisch nichts anderes als eine Nebelkammer unserer Atmosphäre eine Cloud Gember und da gibt es ja auch am CERN so ein Experiment wo so eine gigantische Nebelkammer als Beamdump hinter so einem beschleuniger Ausgang sage ich mal steht und man mit den dort erzeugten Myonen immer auf diese Nebelkammer schießt um genau dieses Wettergeschehen zu modellieren Ja ganz vielen Dank hervorragend ich habe ganz viel gelernt über euer Projekt und ich bin jetzt noch begeisterter als zuvor ganz ganz herzlichen Dank an euch für die ausführlichen Informationen Ja sehr gern hat uns auch großen Spaß gemacht